hey leute kommt zu einem neuen video heute in diesem video habe ich euch mal ein glitch mitgebracht wie ihr mit dem ersten badito unsichtbar und in gott mode auf einem motorrad sein könnt dabei habt ihr auch glaube ich sogar noch auf radar aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher einzig was ihr verbraucht ist logischerweise ein erster badito und in meinem fall nutze ich dafür jetzt noch einen opressor mk2 wenn man es dort meiner meinung nach am besten zeigen kann so leute das erste was ihr macht ihr geht ins inventar und bestellt euch einen erster badito so leute wenn ihr jetzt euren ersten badito habt macht ihr jetzt folgendes was ich jetzt nur noch schon mal anmerken wollte wenn ihr jetzt das erste mal falltas nach unten gedrückt hält haltet ihr so lange falltas nach unten gedrückt auch während des glitches sollte sehr wichtig ihr haltet durchgehend falltas nach unten gedrückt bis ihr auf eurem motorrad sitzt also das was macht fällt das nach unten und dabei einfach dreiecks bämmen und wie gesagt leute jetzt durchgehend gedrückt halten bis ihr auf eurem motorrad sitzt jetzt leute geht ihr in das auktionsmenü weiterhin falltas nach unten gedrückt halten sehr wichtig dann geht ihr wieder raus und jetzt bämmt ihr wieder dreieck so und jetzt wenn ihr auf eurem motorrad drauf sitzt könnt ihr auch falltas nach unten loslassen denn jetzt ja seit diesem nämlich im gott mode aber ihr seht auch ich kann jetzt momentan nicht schießen falls ihr euch jetzt fragt wie man gleichzeitig auch noch raketen schießen kann ihr müsst falltas nach unten und l1 gleichzeitig drücken dann seht ihr hier die ganze zeit kann raketen schießen können sogar gedrückt halten aber dann ist es eigentlich so ein gutes guter guter effekt so können so halt auch dabei steuern oder sowas leute wenn ihr euch jetzt zum beispiel selber tötet dann kann ich euch auch mal auch zeigen was passiert entweder ihr bleibt wie ich im video einfach auf dem nutpark drauf sitzen oder ihr kommt in black screen werdet entweder ganz normal draußen auf den es madito geladen oder ihr werdet halt ja ganz normal spontaniert wenn ich absteige kriege ich so ein screen hier er kann auch manchmal ein bisschen länger dauern einfach warten leute und dann seht ihr bin ich jetzt hier ganz normal gespawnt wo halt mein ersten badito ungefähr stand aber ich würde sagen lasst ein like und abo da oder ein und ciao ein